Jede Kultur auf der Welt hat ihre eigenen Speisen hervorgebracht. Heuschrecken, Grillen und Maden sind nicht jedermanns Sache. Aber vielleicht werden wir alle schon bald nicht mehr wählerisch sein. Ich glaube, wenn die Scheisse auf die Fahnen fangen, wird es tun. Es wird eine perfekte Krise in der Welt sein. 99% der Fahnen, die es verwendet wird, ist von über 1,500 Kilometer entfernt. Das ist das, was wir müssen, um zu ändern. Das ist das, was wir müssen, um zu ändern. Vielen Dank.